Nach diesem Film-Hype kann es keinen Film-Hype mehr geben. Hollywood-Premiere von Star Wars Teil 7. Auf dem roten Teppich patrouillieren Stormtrooper. Es ist auch ein Veteranentreffen aus dem allerersten Star Wars-Film von 1977, inklusive der Roboter-Kultfiguren C3PO, R2D2 und Mark Hamill alias Luke Skywalker. Das ist, als wärst du im zweiten Jahr auf der Uni und würdest für einen Moment in deine alte Schule zurückkehren. Diese ganzen Erinnerungen kann man sich nicht vorstellen. Und es sind gute. Hamill und Harrison Ford im Film Han Solo sind auch in Das Erwachen der Macht wieder zu sehen. Ebenso wie die über die Jahrzehnte ergraute und in Teil 7 zur Generalin aufgestiegene Prinzessin Leia alias Carrie Fisher. Ihre Rolle als weibliche Hauptdarstellerin hat Daisy Ridley übernommen. Ihr Gegenpart der Britte John Boyega alias Finn. Er erschien auf dem roten Teppich mit einem schwarzen Handschuh. Alle Star Wars-Fans wissen es, Darth Vader hatte seinem Sohn Luke Skywalker in Teil 2 die Hand abgetrennt. Ja, das ist eine Hommage an Luke Skywalker und daran, dass ich ein großer Fan des Films bin. Mark Hamill sagte gerade, das hat echt wehgetan und ich so, das glaube ich dir, Kumpel. Für die etwa 3000 Premieren-Fans, von denen viele im angemessenen Outfit erschienen waren, ist nun auch das mit großem Tamtam gehütete Geheimnis um die genaue Handlung von Das Erwachen der Macht gelöst. Die Geheimniskrämerei der Macher in den vergangenen Wochen ist beinahe legendär. Alle anderen müssen noch bis mindestens Donnerstag warten. Dann läuft der Film in den deutschen Kinos an.